heute was geht ab leute hunger ist tag 2 vom event gestern eine million geschafft und bevor ich anfange zu labern zeige ich euch noch die eier von gestern ja bevor die geschlüpft sind also bevor die animation hier kommt gekommen ist zwei pokémon gesehen beim inventar also das wird bisschen leidend aber ansonsten schauen wir mal schnell durchballern weil das glück sei gleich aus ist und ich die ep dazu noch haben ist nicht schlecht ich habe die bonbons noch gebraucht für den wir die ja wie später weil ihr seht drei minuten noch auf der auf dem glück sei und ich will die ep unbedingt haben geht das checken wir gleich okay die leidenden sachen die ich gesehen habe müssten jetzt ankommen ja den habe ich gesehen und unser guter alter freundsgockler ja den habe ich auch gesehen und genau das ist glaube ich gesehen der holen das war's checken wir die ep ab die jetzt kommen sind die ep oh mein gott 62.000 also 60.000 durch die eier und dann 2000 durch irgendwas anderes okay leute was ist das für ein tag echt klasse spawns und was auch passiert ich habe ein goldenes kapador geklickert checken wir mal die avi na tot was soll ich sagen was ist das für ein tag man echt klasse so das war's eine gute mischung war gute pokémon dabei die waren echt saftig und natürlich mein guter freundsgockler zweimal mit dabei der muss immer dabei sein der ist ein bisschen leidend wie es war nicht so top nichts erwähnenswertes dabei plan für heute ich habe 4,1 millionen also nicht 24,1 24,1 millionen sprich 900.000 leute die versuchen wir in den parsing arkaden zu machen dort werden zehn oder elf module ich glaube zehn module gezündet da schauen wir vorbei und ein poison ist auch mit dabei habt ihr gut erkannt ein bisschen bisschen viel hate bekommt aber lasst den armen kleinen jungen nur ansonsten ansonsten schreibt man in kommentare was ihr so getrieben hat bisher wie ihr das event findet und auf zu den arkaden angekommen moment fang noch schnell das topsy richtig heiß es wird ein harter tag topsy gefangen seht vier module da hinten gezündet beim restaurant dachte ich hier auch aber leider nicht vielleicht später wenn es kühler wird hier sind zwei neue module dazugekommen jetzt sind es richtig viele hinten sind noch mal drei das sind keine ahnung 13 15 15 modulen oder so arkaden teil von dieser gruppe da zusammen mit einer hantik arbeitet wurde ja letztens bekannt gegeben dass paar events kommen bis in chicago bis in japan und auch bei diesen arkaden hier und jetzt gestern ist was bekannt gegeben worden dass am 30 6 also ende des monats hier in den arkaden auch wieder was stattfinden wird module werden gezündet dies ist das aber ich werde natürlich vorbeischauen aber ich denke mal nichts allzu besonderes zweiter burges die gönne ich mir jetzt und dann schauen wir mal so leute ihr seht ich bin mobil jetzt unterwegs mit dem roller gefährlich alle module wurden gezündet jetzt geht's geht's ab moment mein scrimrecoller so wir waren jetzt die ganze tabelle fahren hin und her auch wenn die module nicht an waren aber jetzt wurden alle gezündet jetzt sind zehn aktiv jetzt kann es losgehen so update tatty aka tunesa 2 ist auch gekommen habe ich vorgeschlagen mit dem roller zu fahren schauen wir mal ob wir das machen vielleicht ein rennen zwischen mir und tatty schaffst du die 40 beim event hatte ich weiß aber nicht wie viel zeit ich noch spielen kann weil es geht bis dienstag oder also ich habe schon voll jeden tag zu spielen aber ich weiß nicht wie ob ich also 39 habe ich auf jeden fall ok und 40 ist richtig schwer aber vielleicht schaffig wie viel fehlt dir noch zu 39 also 1,5 das wären eineinhalb tage also 39 auf jeden fall 40 es ist schon schwer gekürzt hast du gehört was ich brauche ich weiß nicht millioner also jeden tag eine müde aber das ist machbar oder jeden tag eine million hat ja das ist ja machbar aber dann hast du 30 millionen oder was ja das ist schon echt viel viele bekannte gesichter checken wir mal die lage und dann wir fahren mit mir noch kleine war schon ein kleiner gasauftritt von dem kollegen hier der wird 39 ja mann alles ja das würde echt mal zeit zwei monaten oder so jetzt so warte sag ich das mal noch so leute ich werde jetzt auf jeden fall noch level 39 und ich würde sagen da fangen wir noch für das vulkan und ich brauche noch 400 wenn ihr sehen wollt wie er 39 wird schauts auf seinem kanal vorbei aber echt man noch ein labgas aus dem lockmodul oh mein gott da geht schon ananas ich guck mich ja nicht so hell ey da musst du umstecken energie sparen ich hab keine ahnung einfach ne scheiße oh yes erster ball so kleine diskussion zu dem neuen gotcha ich habe es gestern bekommen werde ich demnächst für euch testen und der vergleich zum goplus und ob es cheaten ist oder ob einfach beides cheaten ist aber davor habe ich hier erstmal ein 10er ein in den Schatten und Skorgler mein alter Freund Ey Glückwunsch Glückwunsch super ey saftig nein nicht saftig so tschön hier kommt einfach so noch ein labgas alles klar zweites labgas perfekt mein akku lädt irgendwie nicht ich glaube mein handy ist gerade überhetzt so hier ist ein glutexo das habe ich gefangen mit irgendeinem bug im hintergrund und anscheinend ist hier auch ein kickli meinte Tati hoffentlich habe ich es nicht geklickert tatsächlich hier ist ein kickli richtig saftig oh mein gott sogar 1442 und easy vielleicht hat er ja 100% das wäre echt verdient ja so keine ahnung was kriegt man da 500 gell mein gott schauts wen ihr hier an sei verlogene Söhne oh mein gott tbtvereins das gehört nicht auf diesen Channel tbtvereins tbtvereins tbt united klassen treffen soll ein comeback kommen schreibt es in die Kommentare oh mein gott die kennen tbt nicht man dann schaut es euch an hong verlinkt den kanal äh unten in der video beschreibung hong hong servus hong mein gott alle reden dazwischen die Szene komplett ruiniert tbt back tbt back auf jeden fall die Jungs sind da lange verschollen ja musste auch mal sein ab und zu wurde sogar nach denen gefragt vor allem nach Dimi oh mein gott der typ der Scannertour abbrechen musste oh mein gott war das das einmal wo ich da mit war? nee da warst du nicht mit da war ich gerade schon er und Tati natürlich oh mein gott dieser leidete Tag okay geil dass ich eingeladen wurde sagen wir so höflich es waren gesundheitliche Aspekte oh mein laber doch nicht zum abschluss des abends noch ein Glurak Dimi will Sanana Berge machen ja geht schon aber es muss muss geflüchtet wer braucht schon 20 Glumanderbogen ich brauche sie ok er braucht sie oh mein gott Glurak hat sich befreit ja natürlich hat er sich befreit mir ist er schon geflüchtet ja egal noch was kriegst noch eine Sanana Bede ja natürlich bist ein guter Junge guter Junge super saftig oh great oh mein gott man also ich fliege auch oh great oh mein gott befreit schade bei mir oh mein gott bei mir auch ok komm du kriegst eine Emi Bede das ist gut gekämpft echt jetzt gibst du schon auf natürlich muss ich aufgeben mein gott ok komm gelbe Bede ok komm gelbe Bede schau hier gelbe Bede also ich hab ihn mit gelber Bede echt tja nice ey ich hab auch grad noch meine gelbe Bede geworfen oh mein gott ich hab ihn wieder nicht fire spin overheat sogar eigentlich nicht schlecht aber ivs sind wahrscheinlich scheiße ja tschüss ja zum trainieren ja immer was zu trainieren weg damit man braucht man schon Feuer zum trainieren was ist da los Jungs ok das Klurak ist richtig aggressiv du hast ihn auch noch nicht oder was doch hab ihn schon mit gelbe ok das Klurak ist richtig aggressiv oh mein gott man das hat sich direkt befreit ok ich muss aufgeben tot echt jetzt ja man oha mach halt gelbe Bede na man das befreit sich immer gleich man ja heul halt muss halt gut werfen das hat damit nichts zu tun man natürlich die Fangquote wird bei jedem individuell berechnet man dummes Kind natürlich oh mein gott das ist geflohen man ja schau jetzt war besser geworfen so das war's chillige Runde war richtig heiß paar alte bekannte Gesichter wieder getroffen war ich cool aber das Wetter war zu hart wir haben zu lange im Restaurant gechillt und nur 775.000 gemacht also ich bin jetzt bei 24 Millionen 875.507 und eine Entwicklungssession mache ich eh weil ich den Platz im Beutel brauche aber dann bin ich immer noch nicht bei 25 Millionen also ich bin jetzt bereits im Verzug und das war erst der zweite Tag ich glaube nicht dass ich es noch schaffen werde jeden tag eine million aber mal schauen ich gebe mein bestes hatte zwei kollegen heute die wurden gesoft band weil die das fang limit überschritten hatten also das gibt es auch noch darf man nicht vergessen könnte auch ein problem werden ich hatte zum glück noch kein problem damit aber ich zeige auch bei weitem nicht so viel wie die verpasst ist wie man leiten subscribe kommentieren ich glaube nur in die kommentare wie euer tag so war was ihr vom event haltet was ihr daraus gemacht habt und folgen auf instagram und facebook vergesst nicht pokémon ist hier ist business